Mark, heute Abend haben Sie ja Ihre dritte Goldmedaille gewonnen. Mark, you won your third gold medal and how is this gonna go on? Viel Fleisch, das wird es bei den Olympischen Spielen geben. Die internationale Gilde der Taschendiebe ist nach München angereist, ein Phänomen, das wir seit Jahrzehnten all überall auf der Welt kennen. Wir haben Leute, wo wir nicht... ... ... ... ... Das war's. Das war's. Man muss die Gegner nehmen, wie sie kommen, mit Anstand einmal verlieren zu können. Das ist doch auch sportlich. Das war's. 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 Das war's.